Okay Leute, ja gut, wir sind wieder hier bei Let's Play Obscure und haben ja letztes Mal diesen wunderbaren Hebel gefunden. Zack, bringt wahrscheinlich nichts, klar, weil wir die Statue noch nicht eingesetzt haben. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Schauen wir mal, ob der Hebel jetzt was bringt. What the? Ich glaube, der Typ hat ein Problem. Okay, ähm. Wo auch immer das jetzt war. Ah, krass, echt krass, wirklich. Gut, wir haben aber keine Karte davon. Ich glaube, hier war es nicht. Könnte denn diese große Tür gewesen sein? Na gut. Ähm. Suchen wir mal. Kann die das? Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Na gut, warte, hier geht es aber nach oben, da will ich jetzt nicht hin. Ist das hier? Ist hier noch was? Hier gibt es nichts mehr für uns. Dieses Werkbock ist nicht mehr brauchbar. Ja, schön. Oh, Leute, ich glaube, wir nähern uns langsam, aber es ist sicher dem Ende zu. Ich hoffe, ich schaffe es mit dieser Munition, die ich habe. Ich muss noch mal kurz gucken. Schon hier rechts. Hier war, glaube ich, auch nichts, oder? Hier war, glaube ich, auch nichts, oder? Kommt wieder raus. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Boah, ist aber schon echt heftig. Okay Einfach weiterlaufen Wir kommen schon irgendwann dem Ende Entgegen Was war hier nochmal? Ah ja genau Das war Dieser Weg War aber auch nicht richtig Ich glaube ich gehe jetzt wirklich kurz zu Shannon Und Frag die mal ganz kurz Was? Ich weiß sowieso dass es sinnlos ist Aber Naja Mulden das bringt doch nichts Sie lügen Es wird ihnen nicht helfen Ist das das Gegenmittel? Sie haben schon zu viel Licht abbekommen Nein Mulden halt Ihre Mutation hat schon begonnen Die Mutation Die Mutation Auch Alles Neuen Sammelpunkt. Interessant. Okay. Was haben wir hier? Sieht aus wie die Tasche von Professor Walden. Kohlen, Munition und Erste-Hilfe-Kästen. Wow! Munition aber richtig viel. Kann ich da nochmal nachladen? Hier gibt es nichts mehr für uns. Achso, das war dieser Raum. Ah. Interessant. Okay, Leute. Ich glaube, das wird hier der letzte Kampf. Ich wechsle... Okay, Schotschnitte ist dran. Oh Gott, ich befürchte ganz Schlimmes. Lennart. Ich hätte speichern können. Ich bin dumm. Fast hatte ich die Formel. Ich fahr so dicht dran. Äh. What the fuck? Das ist Lennart gewesen? Wollen wir jetzt kurz zurückgehen. Geht das? Ja gut. Ich speichere mal ganz kurz. Das hier. Okay. Okay, ich nehme jetzt auf. Egal wie lange es dauert. Das wird dann alles heute hochgeladen. So. Nicht, dass ihr denkt. Ah, mitten unter dem Endkampf. Hör da auf, der Arsch. Nein, ich will nicht raus. Ach, dumm. Fängt ja schon gut an, der Endkampf. Ich wechsle, glaube ich, erstmal zur Laserwaffe. So. Wow. Okay, ich muss den Dingen hier ausweichen. Aber ich passe mal ganz kurz auf mein Leben auf. Denn, oh gut, es hat mir nicht viel abgezogen. Erst ab. Nein, 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 nein. Nein, 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 Nada. Ich will da nicht rauslaufen. Bitte lass das Ding noch kaputt sein. Lass mich durch, du Idiot. Ich will da nicht rauslaufen. Wow, was ist das? Äh, okay. Krass. Leute, ich lade neu. Ich weiß nicht, wie ich das... Wie soll ich das machen? Ich will dieses Spiel ohne Tode schaffen. Dementsprechend. Mann, 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 Mann. Und wenn drei Folgen heute kommen. Mann. Okay. Ich glaube, ich schieße die Dinger erst. Ich schieße die Dinger heute mit der... Jetzt mit der Pumpkin erstmal ab. So, das wäre die erste. Dumm. Das hat dann... Oh, nein. Nochmal laden. Okay, immer wenn ich so ein Ding abschieße, muss ich irgendwas machen, damit ich... Ich probiere es jetzt einfach mal weiter. Äh, um zu sehen, wie ich das dann machen muss. So. Ich schaue es mir jetzt einfach mal an. Ich würde... Muss ich in einem Lichtschein sein, damit ich das überlebe? Das kann nämlich natürlich auch sein. Ich würde mich kurz heilen. Oh, jetzt aber. Und... Äh... Laser. Hier. Kurz ausweichen. Woa. Woa. Ah. Aaaaah! Dumm! Warte, wo ist die Schrotflente? Schrotflente! Ah! Ich muss jetzt erstmal wissen, wie das... Rein, 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 rein! Geht das? Okay, hier halte ich es aus. Gut, dann weißt du, was ich machen muss. Okay, ich muss laden. Ich laden nochmal neu. Okay. Man muss es erst herausfinden. So. Jetzt nochmal schön in aller Ruhe. So ist er nicht schwer, muss ich sagen. Er weicht immer aus. So. Jetzt schnell ins Licht. Genau. Perfekt. Machen wir den hier als nächstes. Oh, ich muss hier mal... Oh, okay. Komm hier ins Licht, komm hier ins Licht! Sehr schön. Okay. Okay, ähm... Jetzt, glaube ich, wird es langsam mal Zeit zum Laser zu wechseln. Wow, okay. Ähm... Mal ganz kurz rausgehen. Heilen. Heilen. Wow, jetzt geht's los. Speichern. Kann man das machen? Ob das dann hinhaut? Ich hoffe, er ist doch... Okay, alles in Kassel. So. Und weiter geht's! Hehehe. Oh, fuck. Leben. Wie sieht's mit deinem Leben aus, Kenny? Oh, der ist fast tot. Äh... Ja, ja. Nimm's halt... Okay. Jetzt lass ich's kommen. Wieder zu Josh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gut, erstmal wieder ausweichen Mann, Mann, Mann Der Kampf kann sich noch ein bisschen ziehen Licht, Licht, Licht Fuck Nein Ja, okay, sehr schön Wieder laden Leute, es können heute echt mehr Videos werden So, wieder laden Und dann